Zwar nicht auf dem Eis, aber immerhin mit nordischen Vierbeinern das Berliner Island-Pferdetreffen. Am 6. und 7. Juni wird es erstmals im Pferdesportpark Karlshorst ausgetragen. Das Turnier ist zugleich Landesverbandsmeisterschaft. Außerdem können die Sportler Qualifikations- und World-Ranking-Punkte sammeln. Tanzsport der Spitzenklasse gibt es bei den Deutschen Meisterschaften der Senioren 2S. Am 5. und 6. geht es im Sportzentrum Siemensstadt um 12 Uhr los. Die Abendveranstaltung beginnt um 19 Uhr. Auch Berliner Paare können sich Hoffnungen auf den Deutschen Meistertitel machen. Weiter geht es mit Tanzsport für den Nachwuchs beim Summer Dance Festival. Am 13. und 14. Juni findet die Veranstaltung zum insgesamt 17. Mal statt. Mit dabei Tanznachwuchs aus aller Welt. Das Summer Dance Festival gehört zu den größten Veranstaltungen seiner Art in Deutschland. Frisbee trifft auf Golf bei den Berlin Open im Disc Golf. Zum 28. Mal kommen internationale Sportler im Volkspark Rehberge zusammen, um das Runde im Runden zu platzieren. Los geht es am Freitag, dem 19. Juni. Das Finale steigt am Sonntag. 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 Das Finale steigt am Sonntag.